Ich steh gerade in Boston mit meinem österreichischen Militärschlafsack. Ich bin da so richtig schön reingekuschelt. Wenn du wissen willst, ob dieser Schlafsack was ist und ob da etwas für dich ist und was er kann und was er nicht kann, dann bleib dran. Ja hallo, willkommen da ist der Reini Ross vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich begrüße dich wieder hier im Bushcraft Camp. Haha, schön, dass du dabei bist. Der österreichische Bundesheer Schlafsack. Und vielleicht bist du aus Deutschland und sagst, langweilig, dann schalt er aus. Aber wenn du aus Österreich bist und sagst, oh, Nostalgie, dann bleib dran. Und wenn dir auch noch interessiert, ob dieses Teil was kann und ob das Praxistaug ist, dann bleib auch dran. Also, diese Teile hier, die wir zumindest bei uns im Shop haben, die haben wir aus ausgemutterten Beständen des österreichischen Bundesheers. Das ist eine gebrauchte Ware. Und ich glaube, dass das nicht nur bei mir der Fall ist, sondern bei vielen anderen Anbietern auch. Weil das gibt es halt nicht neu. Sondern das ist halt alles Bundesheer Ware. Und ich kann mich noch erinnern, als ich selber beim Bundesheer war, also ich habe nichts anderes gekannt. Und deswegen war das okay. Aber jetzt, wo ich einen höheren Komfort gewohnt bin und auch älter bin und gemütlicher bin, muss ich da sagen, dass dieser Mumienschlafsack meinen Bedürfnissen einfach nicht mehr gerecht wird, außer es ist gerade Sommer. Was meine ich damit? Schau, dieser Schlafsack ist natürlich alles in Kunststoff, das ist alles in vernünftiger Art und Weise ausgeführt. Da gibt es gar nichts. Der hat jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, dass du den anziehst. Weil wir reden hier von einem Militärrucksack, wollte ich sagen, Schlafsack. Das heißt, die Idee ist, dass ich den auch anziehen kann. Und zwar beim Wachestehen. Oder so oder wie auch immer. Das heißt, ich ziehe den an und ich merke jetzt natürlich gleich, ich weiß nicht, man sieht das wahrscheinlich nur mehr so ein bisschen, es war hier Schnee, es hat heute in der Früh minus sieben Grad gehabt. Wir haben schon Hochbeete gebaut und alles und angesetzt und minus sieben Grad. Und jetzt ist es auch noch kalt, wirklich kalt und auch der Wind kommt dazu, aber ich merke gleich, dass es wärmer wird. Das heißt, wenn du etwas suchst, zum Beispiel seinen Ansicht zack als Jäger, wobei, das ist wahrscheinlich dieses Geräusch unangenehm, ja, aber lassen wir das jetzt mal. Wenn du so etwas suchst, dann bist du da auf jeden Fall gut bedient, auch bei dieser gebrauchten Ware. Den ist es auch so, dass, ich ziehe mir den jetzt nicht komplett fix fertig an, aber den kannst du auch so machen, dass unten offen ist, ja. Das heißt, dass man im Gefecht stand oder im Schützengraben oder im Schützenloch, wobei, da kann man eh nicht stehen, aber du weißt schon, was ich meine, dass man den anziehen kann. Oder dass man in Bereitschaft sein kann. All diese Dinge. Und das ist ein Militärschlafsack und das bedeutet gleich eins. Und das muss ich gleich dazu sagen. Das ist halt meine Erfahrung damit. Wie war das früher beim Militär? Alles wurscht, weil da sowieso alles wurscht war. Schräg, 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 schräg. Schräge Zeit kann ich dazu nur sagen. Und ja, so, jetzt habe ich mich komplett verkehrt angezogen. Wurscht. Das kann auch passieren. Schau, dann ziehe ich mir dann gleich den an. Wenn du das jetzt zumachst wiederum, dann ist hier ein Reißverschluss. Und dieser Reißverschluss ist innen nicht gefüttert. Das heißt, du liegst hier direkt an. Es kann hier auch durchziehen. Ich sehe da durch. Ich sehe die Kamera. Das heißt, da zieht alles durch, was irgendwie geht. Wenn du das also im Winter ausprobieren willst, manche Survival-Trainees, die zu meinen Survival-Trainings kommen bei kälterer Jahreszeit, kommen mit dem, weil sie sagen, boah, das war so super immer früher. Ja, eh, genau. Vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren war es super und in ganz anderen Zusammenhängen. Und das zieht auf dieser Seite einfach rein. Das ist einfach so. Gut. Dann unten. Unten genau dasselbe Spiel. Wenn du da jetzt zumachst, ja, überall der ganze Zipp. Da ist zwar ein Zwei-Wege-Reißverschluss-System, das ist schon klar, aber das ist nichts. Da ist kein Futter, das ist gar nichts. Das ist nichts. Das heißt, wenn du da so herumliegst, dann zieht es rein. Und wenn es kalt ist, dann zieht es rein. Und ich habe so ein bisschen nachgelacht. Ich war ja nicht lang beim Bundesheer, muss ich gleich dazu sagen. Also, wenn mich manchmal auch fragen, bist du irgendwie so Spezialeinheit oder so? Ich bin Spezialeinheit. Ich kann mit Autoritäten so richtig gut umgehen, ne? Da werde ich gut zum Bundesheer passen, ne? Nein, überhaupt nicht. Aber was ich damit sagen will, wenn ich so in die Ausbildung zurückdenke, wenn es wirklich kalt war, dann waren wir irgendwo drinnen. Oder wir hatten ein Zelt und einen Ofen oder sonst irgendwas. Das heißt, wirklich bei richtiger Kälte so richtig arg am Gletscher oder was immer mit dem sowieso nicht klingen. Und vielleicht hängt das irgendwie auch ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht, wenn du beim Bundesheer warst oder bist oder sonst irgendwas, die Gebirgsjäger, da mache ich wieder nach oben, die Gebirgsjäger, haben die auch diese Pippi-Fack-Schlafsäcke? Echt? Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Schreib mir das bitte. Aber also bei minus 20 Grad, okay, mach passiert Schneehöhle, ja? Vielleicht wenn Schnee ist, aber du weißt schon was ich meine. Also das ist einfach, das ist nix. Das ist meiner Meinung nach nix. So, für wen ist dieser Schlafsack gedacht? Also, Nostalgiker. Ich brauche das emotional, damit ich mich wieder jung fühle, dann kaufe ich ihn gern. So ja in Ordnung. Wenn du einen Sommerschlafsack suchst, absolut okay. Wenn du einen Schlafsack für den Sommer wiederum für ihren Jugendlichen oder was suchst, dann gib ihnen die. Das taugt ihnen. Speziell wenn sie so ein bisschen Affinität haben zum Militär. Boah, Militärschlafsack, voll super, ja? Da gib ihnen das. Wenn du etwas suchst, dass, wenn es ein bisschen gelter ist, auch funktioniert und du bequem und gut schlafen willst und es nicht wichtig ist, dass du das anziehen kannst und in einer Alarmbereitschaft bist oder so irgendwas und die Füße unten rausschauen und alles. Wenn das für dich nicht der Fall ist, dann kauf dir irgendwas anders. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und was man auch noch dazu sagen muss, das muss man auch sagen, die Qualität ist in Ordnung und das ist auch alles okay. Und ich spreche jetzt nicht gegen mein Geschäft, also vielleicht tue ich das, aber das soll so sein. Nur, wenn ich mir einen neuen Tropen kaufe zum Beispiel oder von irgendeiner anderen Marke, ja, also wurscht jetzt, ja, dann ist das Material hier, ja, alles ein bisschen, wie soll ich sagen, feiner und netter und nicht so derb. Das ist der Hintergrund, also das ist einfach ein Ding, das man ausgibt an die Soldaten und das muss einfach funktionieren und fertig. Und umso mehr Schnickschnack da drauf ist, umso mehr kann falsch schief gehen, Murphy, ja, das Gesetz von Murphy, das kann dann schief gehen, kann kaputt werden und alles, was draußen kaputt wird, ist dann nicht einsatzfähig und das ist ein Problem, im Ernstfall. Und auf der anderen Seite kostet das Geld, weil es wieder repariert werden muss. Also beim Militär braucht man einfach Dinge, die einfach simpel sind und die einfach hunderttausend Mal funktionieren. Und dass die dann nicht den Top-Komfort haben, das ist ganz, ganz klar. Das ist zumindest so, wie ich das sehe. Wenn du Expertise hast. Und ich meine damit Expertise. Dann schreib dazu unten einen Kommentar, Expertise Doppelpunkt und schreib es dazu. Würde mich einfach interessieren, wie du das siehst, aber so sehe ich das. Und klingt plausibel, vielleicht habe ich was übersehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ist das ein Schlafsack? Ja, habe es ja schon gesagt. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mir einen Kommentar, wie du das siehst. Link, billige Eingewerbung natürlich, in meinem Shop kannst du diese Teile kaufen oder einen anderen Schlafsack oder wie auch immer. Abo, paar andere Videos und ciao.